Hallo und herzlich willkommen in YoFTheBigGreek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit meiner Berichterstattung vom Skalica Open, da wo ich mich aufhalte, in der Slowakei. Fünfte Runde ist gespielt, fünf Stunden habe ich gespielt, total lange wieder. Ich spiele immer total lange Partien, bin echt fix und foxy wieder. Ich habe gespielt gegen einen 17-jährigen Inder. Das war jetzt schon der dritte Spieler im Turnier, der super jung ist, gegen den ich gespielt habe und der völlig underrated ist. Der ist gerade auf Tour mit seiner Mutter in Europa, habe gesehen, er hat in der Tschechien gespielt, Prag Open, dann noch ein Turnier Olmuz und jetzt hier in Skalica. Hat überall irgendwie 80 Elo-Punkte gewonnen, ist jetzt virtuell bei 2200 und dann ist mir vor der Partie auch direkt durch den Kopf gejagt. Warum aktualisiert die FIDE eigentlich die Weltrangliste nicht jeden Tag? Würde aus meiner Sicht deutlich mehr Sinn machen. Die Elo-Zahlen verändern sich wirklich, ich glaube, das ist so ein bisschen veraltet, dass die Elo-Zahlen einmal im Monat nur veröffentlicht werden oder aktualisiert werden, was die FIDE betrifft. Ich vermute mal, der Aufwand ist zu groß, ich weiß es nicht, aber was haltet ihr davon? Also es ist mir schon häufiger aufgefallen, gerade bei den jungen Spielern sind die Zahlen halt Makulatur immer. Na gut, ich will mich nicht zu sehr beschweren. Schauen wir uns mal die Partie, gehen wir direkt rein, weil das ging ziemlich lange, nicht nur fünf Stunden, sondern auch viele Züge. Pum, pum, pum. Hier. So, er begann mit E4. Ich hatte mir was Besonderes zurechtgelegt, C5, Siziliane, Springer F3 und jetzt Springer C6 dieses Mal. Ich hatte gesehen, er spielt Läufer B5, hatte in diesem Turnier in der ersten Runde da Sigurds Lanka geschlagen. Ziemlich deutlich, Sigurds, den ich persönlich kenne und schätze, super netter Mann und super Trainer. Natürlich auch schon ein bisschen älter, deswegen ist er auch unter 2-4 gerutscht jetzt. Hatte das total schlecht gespielt gegen den jungen Inder und der Inder hatte die ersten Runde super klar gewonnen. Läufer B5, Rosolimo, G6. Das habe ich schon lange nicht mehr gespielt, aber ich habe mir das halt vor der Partie relativ intensiv angeschaut. Ruchade, Läufer G7, Turm E1, Springer F6, C3, Ruchade. Weiß möchte hier ein Zentrum aufbauen mit D4. Er hatte gegen Lanka H3 gespielt hier an dieser Stelle und auch in einer Partie vor, ja weiß ich nicht, zwei Wochen oder so bei einem anderen Turnier hat er auch H3 gespielt und war damit auch relativ erfolgreich. Klar, gegen Lanka hat er gewonnen. Gegen mich dachte er, müsste er variieren, weil er war offensichtlich, ja ihm wurde natürlich bewusst, dass ich das hier vorbereitet habe, entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten, weil ich habe sizilianisch mit Springer C6 schon lange nicht mehr gespielt. Und er spielte hier D4, das ist die Hauptvariante, nicht H3, D4 ist die Hauptvariante. Hier geht es weiter mit D5, Gegenstoß im Zentrum, E5, Springer E4, schöner Springer im Zentrum, wir folgen jetzt der Hauptvariante. Läufer C6, BC6, das ist gut, um hier erstmal die Bauernstruktur zu schwächen. Läufer E3, er spielte sehr schnell, er kannte das also, aber ich kannte das noch besser. Ich folgte jetzt einer Partie von Dimitri Kollas, unserem deutschen Großmeister. Dame B6 hier, das ist schon häufig gespielt worden. Dame C1 deckt den Bauern auf B2 und jetzt hier C4. Eine schöne Idee, es geht hier weiter mit Springer BD2, greift den Springer an, Springer D2, Springer D2. Mein Gegner war schon hier aus dem Buch raus, während ich noch genau wusste, was passiert hier. Läufer F5, so, ich folge der Partie, zwei deutscher Spieler, Wachinger gegen Kollas, vor kurzem erst gespielt, in Tschechien, Teplice, ich meine das Licht in Tschechien, Teplice. Schöne Läufer hier, ne? Ich plane den Läufer hier auf D3 reinzubuxieren, und Weiß muss hier unbedingt mit B3 agieren, um dieses Gerüst hier aufzudröseln. B3, das hat er auch alles relativ schnell gefunden. Läufer D3, ich war immer noch immer in der Vorbereitung und hier weicht er ab von der Partie. Wachinger hat hier Dame A3 gespielt, es ging weiter mit E6 und hier B4, D4, D5, Dame D8 zurück und das funktioniert alles sehr gut für Schwarz. Das ist eine spannende Stellung, die ich sehr gut analysiert hatte und ich hätte mich gefreut, wenn er das so gespielt hätte. Er spielte allerdings nicht Dame A3 hier, sondern er nahm sofort auf C4 raus. B4, D4, das sieht auch logisch aus. Jetzt könnte er immer noch mit Dame A3 den Bauern E7 attackieren, hier müsste ich aber nicht E6 spielen, ich könnte auch sowas wie Dame C7 spielen, aber vermutlich hätte ich sowieso E6 gespielt, in der Hoffnung, dass wir in die Varianten in die Partie Wachinger gegen Kollers reinkommen. Er spielte aber hier, sehr interessanten Zug, F3. Er möchte mit dem Springer nach E4 und dann nach C5. So, für mich diese Stellung jetzt, diese Stellung war jetzt für mich neu und ich empfand das am Brett als sehr kompliziert und dachte jetzt für meine nächsten zwei Züge 40 Minuten nach. Ich spielte Turm FB8, ein sehr logischer Zug, die B-Linie ist offen, ich kontrolliere sie, möchte eventuell mit der Dame nach B2. Er spielt Springer E4 und hier war ich mir absolut nicht sicher, soll ich den Springer nehmen oder soll ich ja was anderes ziehen, wobei ich mir nicht klar ist, was anderes, was es sein soll, Dame B2 vielleicht. Das Problem ist, man tendiert dazu, diesen Läufer zu behalten, weil er so schön ist auf D3. Aber, ich mache jetzt eben Quatschzug, H5, das ist Blödsinn. Es kommt hier Springer C5 halt. H5 ist gar nicht so blöd, weil es G4 verhindert. Springer C5 und dann was mache ich mit dem Läufer? Wenn ich zurückgehe am Ende, dann steht er total schlecht dann irgendwann. Irgendwann wird er mit G4 weiter buxiert und ich muss nach C8 zurück. Das hatte ich schon kommen sehen. Und dementsprechend nahm ich auf E4 raus und das ist richtig. Der Läufer auf D3 sieht halt nur gut aus, aber der Springer auf C5 ist noch stärker. Deswegen Läufer schlägt E4, F schlägt E4 und hier ging ich jetzt rein mit der Dame nach B2. Ich wollte das Endspiel forcieren. Ich war mir nicht sicher, wie das zu bewerten ist. Ich hatte wirklich Probleme, das vernünftig zu bewerten, aber mein Gegner auch. Er dachte jetzt 32 Minuten nach und nahm letztendlich die Dame. Gut, der Damentausch, der kann nicht wirklich verhindert werden. Ich dachte vielleicht, Turm F1 hier wäre ein guter Zug. Wobei ich mir nicht sicher bin, was der Turm auf der F-Linie soll. Die Idee ist halt Dame E1. Ich muss wahrscheinlich jetzt die Damen tauschen. Ich hätte die Damen wahrscheinlich getauscht. Es ist kompliziert. Er nahm selbst raus. Dame B2, Turm B2. Jetzt spielt der Läufer C1 zurück, greift meinen Turm an und das ist eine ganz schwierige Stellung hier. Ich dachte hier zehn Minuten nach oder so und ich wusste nicht, soll ich Turm C2 spielen, den C3 attackieren oder soll ich zurückgehen nach B7 und die B-Linie weiterhin kontrollieren. Ich entschied mich letztendlich für Turm B7. Turm C2 sieht nur auf den ersten Blick gut aus. Nach Läufer A3, Turm schlicht C3, Läufer schlicht E7 bekommen wir beide gefährliche Freibauern. Ich habe hier Läufer H6, das hatte ich auch alles betrachtet. Turm D1, AD1 und hier war ich mir absolut nicht sicher, wie das zu bewerten ist. Ich habe natürlich einen starken Freibauern, aber er hat auch einen starken Freibauern und ich habe schon diesen Bauern hier nach D8 kommen sehen und hatte Angst. Letztendlich ist es ausgeglichen mit Turm E8 oder Turm E3, aber das konnte ich alles nicht vernünftig berechnen, zumindest nicht so sehr in die Tiefe rein. Ich spielte etwas sicherer, Turm B7 und kontrolliere weiterhin die B-Linie. Der Engine gefällt das nicht so gut. Läufer A3, aktiviert den Läufer, greift den E7 mal und jetzt habe ich hier A5 gespielt. Die Idee von A5 ist, Läufer B4 zu verhindern, womit die B-Linie plombiert werden würde und das wollte ich nicht. Turm ED1. Er liebt euch jetzt ein bisschen mit D5 hier, aber ich habe gerechnet, dass das kein guter Zug ist und spielt erstmal Turm AB8, um die B-Linie zu kontrollieren, sodass er kein Turm AB1 hat, um einen der Türme abzutauschen. Er hätte jetzt abwarten müssen, irgendwas mit G4, Raumgewinn am Königsflügel, das würden die Computer machen, finde ich sehr sehr spannend. Hier G4, H4 und der Raumnachteil für Schwarz ist schon ein Problem hier in dieser Stellung. Mein Plan war König F8, König E8, erstmal den König aktivieren, dann Turm B5, dann E6, um D5 zu kontrollieren und dann Turm B7, Läufer F8 und vielleicht schaffe ich es, den Läufer zu tauschen und dann auf B2 reinzukommen. Das war der Plan, zumindest in der Theorie. Er hat ja so ein bisschen das Problem, dass er nicht wirklich aktiv werden kann. Hier auf C4 ist eine Schwäche, aber die kann er nicht angreifen. Er kann ja nicht richtig D5 spielen, wegen Läufer schlägt E5 immer. Aber das hat er gemacht hier. Er hat sofort D5 gemacht und das ist ein Fehler. Ungeduldig. Läufer E5, D schlägt C6, Turm C7. Turm D5 greift E5 an, greift A5 an. Das sieht auf den ersten Blick gut aus für Weiß. Und tatsächlich, wenn ich auf C3 nehme, dann kommt Turm C1 und es löst sich alles in Wohlgefallen auf. Dann kriegt er den C4. Wahrscheinlich tausche ich die Läufer bei B4 und dann haben wir ein Doppelturm im Endspiel mit gleicher Bauernzahl. Deswegen dachte ich hier zwölf Minuten nach und spielte letztendlich den starken Zug F6. Ich decke den Läufer einfach und frage ihn, ja gut, was willst du machen? Ich greife weiter in den C3 an, den C6. Ich will den König heranbringen und was willst du hier machen? Hier spielt die Taktik für Schwarz. Er kann nicht auf A5 nehmen, wegen Läufer C3. Und deswegen hat er jetzt Turm C1 gespielt. Deck den Bauern. Das hatte ich auch kommen sehen. Jetzt spielt ich Turm A8, decke den Bauern und bereite Turm A6 vor. Turm B5, Turm A6, Turm C2. Er weiß nicht, was er machen soll. Wir waren jetzt auch beide so langsam in Zeitnot. Jetzt bringe ich erstmal den König ran. König F7, König F2. Und jetzt hätte ich den Bauern nehmen können auf C6 endlich. Habe aber noch gewartet. König F6. Ich dachte, das läuft nicht weg. Habe aber was ganz Wichtiges übersehen, was in der Partie später kommen wird. Läufer C1, Turm C schlägt C6. Das ist aber erst mal ein Bauernmeer. Aber nach Läufer E3 aktiviert er hier den Läufer und stellt ihn nach D4, womit er plötzlich sehr, sehr aktive Figuren hat. Ich hätte jetzt hier mit Turm D6 weiterspielen sollen, aber ich war in Zeitnot, mit der Idee Turm D3 und den C3 attackieren. Leider habe ich das hier nicht gesehen, Turm D6 und danach stehe ich klar besser. Auf Turm C5 kommt, Turm AC6, Turm schlägt A5, Turm C3, äh D3. Und dann hängt der Bauer auf C3. Und wenn er das passiv verteidigt mit Turm A3, dann kann ich sogar auf H2 nehmen hier. G3 wird mit Läufer schlägt G3 beantwortet. Hier habe ich wieder einen Bauernmeer und habe meine Figuren aktiviert und seine Figuren stehen relativ passiv, insbesondere die Türme. Das ist alles extrem schwierig in Zeitnot. Und ich habe hier H5 gespielt. Ich habe einfach mal den Bauern vorgeschoben. Er spielt G3, H4, Läufer D4, HG3, HG3. Ich öffne die H-Linie. Läufer C7 zurückgegangen. Ich wollte nicht, dass er hier nimmt. Die Engine sagt hier A4. Okay, Läufer C7 sieht für mich normal aus. Turm CB2, Turm A8, A4, Turm H8. Ich würde gerne hier reinkommen. Natürlich kann er das verhindern mit König G2. Turm D8, König F2, Turm H8, König G2, Turm D8. Ich wiederhole die Züge, um Zeit zu gewinnen. König F2, König F7. So, jetzt haben wir die Zeitnot geschafft. Die Zeitkontrolle, meine ich. Und hier war ich mir überhaupt nicht sicher, wie ich gewinnen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte hier E5 spielen, unbedingt, um den Läufer von D4 zu vertreiben, um dann halt mit dem Turm nach D3 reinzukommen. Jetzt spielt er aber sehr gut, Turm B7. Fesselt hier den Läufer. Ich kann nicht E5 spielen wegen Läufer B6 hier. Also E5 wäre jetzt ein dicker Fehler wegen... Ich dachte wegen Läufer B6. Ja, Läufer B6 ist ein Problem hier, wegen der Fesselung und der A5 fängt. Deswegen spiele ich hier G5. Schiebe einfach die Bauern vor am Königsflügel. Ich habe ja dort einen Bauernmeer. Turm B5. Turm 2, B5. Aktiviert seinen Turm. Seine Türme stehen sehr gut. G4. Das ist sehr gut. Stellt den Bauern auf Weiß und fixiert diesen Bauern auf G3, auf Schwarz. König G2. Er wartet ab. König G6. Hier war ich schon wieder in Zeitnot. Wir spielen ja mit 90 Minuten für 40 Züge dann plus eine halbe Stunde für den Rest der Partie plus 30 Sekunden Zeitgutschrift pro Zug. Und im Endspiel geht die Zeit so schnell flöten, das ist unglaublich. Es geht weiter mit König F2. Er weiß auch nicht so richtig, was er machen soll. Turm A8. König G2. Turm D8 zurück. König F2. Irgendwo habe ich einen dicken Gewinn verpasst. Ah, gehen wir mal zurück an der Stelle hier. König G2. Hier habe ich einen dicken Gewinn verpasst, Leute. Seht ihr den? Ich habe den gesehen, beziehungsweise ich habe den gesehen und auch gerechnet. Problem war, ich konnte das in der Tiefe nicht bewerten, ob ich da irgendwas übersehe. Es gewinnt hier Turm schlicht D4. C schlicht D4. C3. Es droht C2, C1. Turm B1 einziger Zug. Und hier Läufer D6. Ich aktiviere den Turm. Es droht C2, Läufer A3. Deswegen Turm C1. Jetzt aber Turm C4 mit Angriff auf diesen Bauern hier. Der Läufer geht nach B4, deckt den C3 und ich gewinne noch einen Bauern. Und der Läufer ist mit dem Freibauen auf C3 unglaublich stark. Und ich habe das mit Stockfisch lokal berechnet in meinem Laptop und er sagt, das gewinnt. Das war mir aber zu kompliziert, wenn ich ehrlich bin. Und ich wollte hier nichts riskieren und spielte König G6. König F2, Turm A8, König G2. Erst haben wir gesagt, Turm D8, König F2. Und jetzt habe ich mich endlich entschlossen, E5 zu spielen und den Läufer zu vertreiben. Mir war natürlich klar, dass ich den Läufer auf C7 einsperre. Aber ich habe hier nichts anderes gesehen, zumal ich, naja, ich hatte keine Zeit mehr. Das ist ja auch das Problem. Ich muss ja irgendwas ziehen. Und kann jetzt nicht ewig hier nachdenken. Geht ja auch nicht, weil ich keine Zeit mehr hatte. Irgendwie 10, 15 Minuten oder so. E5. Und jetzt begeht er einen Riesenfehler. A, er spielte hier ein bisschen zu schnell, versuchte auch meine Zeit so ein bisschen zu spielen. Er musste hier unbedingt Turm C5 spielen. Das hatte ich auch gesehen und erwartet. Turm C5 ist sehr stark. Turm C5, Läufer C5. Jetzt ist der Läufer angegriffen. Hier dachte ich aber, dass ich nach Turm C8 irgendwie rauskommen kann. Meine Idee war, F5 zu spielen im nächsten. E5, König E5. Aber das ist alles nicht so leicht. Stockfisch findet hier super Verteidigung. Ich weiß nicht, ob er das verteidigt hätte. Aber Stockfisch sagt, dass das alles nicht gewonnen ist für Schwarz. Weil meine Figuren zu passiv stehen. Um es kurz zu fassen. Mein Gegner spielte aber super schnell Läufer E3, was offensichtlich schlecht ist, wegen Turm D3. Jetzt kommt mein Turm hier rein. Er hatte sich verlassen jetzt hier auf Turm A7 mit der Idee Turm B7. Aber das funktioniert taktisch nicht. Ich nehme einfach den Bauern, Turm C3, Turm BB7. Der Läufer hängt. Ich kann den Läufer nicht wegziehen. Das wäre matt auf G7. Aber wie gewinnt hier Schwarz? Ziemlich trivial eigentlich die Kombination. Es gewinnt hier Turm E3 natürlich. Schlage den Läufer. Turm C7, habe ich den Zwischenzug, Turm F3 Schach. Oder Turm C7 einfach. Und Turm C7, Turm F3 Schach. Oder ich nehme auf E4 dann. Noch besser. Ne, er nahm auf E3. Und jetzt läuft er B6 Schach natürlich. Turm B6, Turm B6, Turm A5, Turm B3 Schach. Das Turmentspiel ist relativ leicht gewonnen. König F2, Turm F2 Schach. König G2 und jetzt Turm E3. Und ich gewinne den E4. Turm C5, Turm Schlicht E4. A5. Hier ärgere ich mich im Nachhinein, als ich zu schnell gespielt habe. Ich hatte noch 6-7 Minuten Zeit. Und das ist mir schon häufiger passiert. Und auch nur deswegen, weil mein Gegner jetzt irgendwie jeden Zug runtergeblitzt hat. Er hat ja gesehen, dass er auf Verlust steht. Und die letzten 5-6 Züge hat einfach sofort gezogen. Und hat auch sehr unsauber gezogen. Die Figuren standen teilweise gar nicht mittig. Und hier gewinnt Schwarz mit König E5 am einfachsten. A6. Und hier Turm E2 Schach. König Irgendwinn. Dann Turm A2. Turm C4, Turm A6. Und Schwarz hat einfach 2 Bauern mehr. Und das ist trivial gewonnen. Auf König F2 kommt hier Turm D4 natürlich. Mit der Idee Turm D2. Falls A6 kommt. Und wenn er den macht, König E2, kommt einfach Turm D3. Dann greife ich den G3 an. Turm C4. Turm Schlichter 3. Turm A4. Turm A3. Turm A6. Und hier Turm A8. A7. Turm A8. Das sollte gewinnen. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber die drei Bauern sollten gewinnen. So oder so, König F5 war hier der logische Zug. Ich spielte aber viel zu schnell Turm E2 Schach. König F1. Und jetzt fiel mir auf, dass nach Turm A2, Turm Schlicht C4, mein Bauer auf G4 erstmal hängt. Da war ich natürlich ein bisschen genervt. Die Stellung ist aber trotzdem gewonnen. König F5. Den Bauern gebe ich nicht ab. Turm C5. König E4. Turm B5. Er wartet ab. Turm A1. König E2. Turm A2. König F1. Ich wiederhole die Züge, um Zeit zu gewinnen. F5. Turm B4. König E3. Turm B5. Turm A1. König G2. Turm A2. König G1. Ich gewinne wieder Zeit. König E4. Turm B4. König D5. Turm B5. Und hier ganz wichtig. König D4. Ich drohe jetzt F4. Und dann zwei Freibauern zu bilden hier. Wenn er schlägt, zwei Freibauern. Und die gewinnen natürlich. Deswegen Turm B4 Schach. König C5. Turm B8. So hier. Interessanterweise möchte die Engine, als ich König D4 wieder spiele, aber ich vermute mal, dann wiederholt sie die Züge und ich soll dann doch wieder zurückgehen. Ah, es gibt einen sehr interessanten Gewinn mit dem König nach E2 laufen, weil dann gibt es kein Schach mehr auf B2 und dann Turm B5 und dann F4. Turm schlägt König F3 und das gewinnt, weil es dann hier Schach ist und dann G3, G2, G1. Okay, das ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Aber das gewinnt hier auch. Turm schlägt A5. Turm F8. Turm A3. Greift den G3 an. Und jetzt macht er es zum Glück nicht mehr spannend. Er hätte unbedingt auf F5 nehmen müssen. Und hier hätte ich vielleicht den Gewinn versemmelt. Ich dachte, es gewinnt sehr trivial. Turm schlägt G3 hier. König F2. Turm F3 Schach. Turm F3. Zack, zack. König D4. Gewonnenes Bauernenspiel. Aber König H2 hält hier Remi laut Tablebase. Und da bin ich ein bisschen baff, ehrlich gesagt. Im Nachhinein. Ich hätte das natürlich noch lange auf Gewinn spielen können. Turm E3. Und ich dachte, diese beiden Bauern gewinnen trivial. Stimmt aber nicht. Laut Tablebase ist das Remi. Warum auch immer. Es gibt hierbei einen Gewinn. Und der lautet König D4. Nicht auf G3 nehmen. Erst den Bauern decken. Ich drohe Turm schlägt G3. Und jetzt gewinnt Schwarz wegen des E-Bauern. König G2. E4. Und das ist gewonnen laut Tablebase. Ich stehe halt super aktiv hier. Er kann nicht alles verteidigen. Aber er spielte auch wieder sehr schnell König G2 hier. Und das ist natürlich Quatsch. Turm F3. Ich decke den Bauern und habe jetzt simpel gewonnen, indem ich den E-Bauern vorgeschoben habe. Der König ging nach C3. Er hat das noch in die Länge gezogen. Die letzten Züge zeige ich jetzt nicht mehr. Die sind nicht mehr relevant. Fünf Stunden gespielt gegen diesen jungen Inder. Für einen Elo-Punkt. Danke. Bin ziemlich fertig. Aber dritter Sieg in Folge ist ja okay. In der sechsten Runde bekomme ich meinen nominell ersten stärkeren, starken Gegner. Wurde auch Zeit. Noch vier Runden zu spielen. Beim Skalitzer Open. Ich habe natürlich geguckt, was beim German Masters passiert ist. Vincent Keimer hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Vincent. Die Partie gegen Frederik Swane war zwar ein Endspiel, aber nur auf dem Papier war relativ einsatig die Partie. Frederik hat ja nie eine Chance zu gewinnen. Und Vincent Keimer hat sogar seinen Gewinn ausgelassen. Hat das Turnier mit sieben aus neun gewonnen. Souverän. Deswegen die Partie wollte ich nicht analysieren unbedingt für den Kanal. Okay. Das war es für heute. Checkt auch gerne mal einen anderen Kanäle aus. Big Rig Highlights, Big Rig Shorts. Guckt in die Videobeschreibung. Da sind viele Links, womit ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr meine Arbeit mögt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao, ciao.